Und nicht nur in der Schule kehrt langsam wieder Normalität ein. Diese Woche stehen ja noch einige Öffnungen bevor von Gastro bis Hotellerie. Und die Ausgangssituation schaut ganz gut aus. Der Oster-Lockdown im Osten, damals ausgerufen, weil die Spitäler am Limit waren, der hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Die Corona-Infektionszahlen sind gesunken und das spüren die Spitäler natürlich auch. Es geht also derzeit zumindest in die richtige Richtung. Ein kühles Bier im Gastgarten genießen, bald wieder möglich. Noch sind die Sessel und Tische leer, wie hier am Hauptplatz in Linz. Ab nächsten Mittwoch wird das wieder anders aussehen. Die Sehnsucht ist groß. Einfach, dass man, auch wenn es jetzt die schöne Zebra kommt, dass man gemütlich im Biergarten wieder sitzen kann, im Gastgarten und so. Und das wird halt der Wahnsinn. Wieder ins Caféhaus gehen, das ist wieder mal ins Kino gehen, das ist wieder mal ins Theater gehen. Ortswechsel ins Burgenland. Hannes Sommer ist Junior-Chef beim Schifffahrtsunternehmen Weiß in Mörbisch. Am Mittwoch geht man auch hier wieder in Vollbetrieb. Wir sind wirklich froh, dass wir endlich wieder mal aufmachen dürfen, nach der langen Zeit, wo die Schiffe da stillgestanden haben. Gastronomie, Hotellerie, Sportstätten, Kultur- und Freizeitbetriebe dürfen ab Mittwoch aufsperren. Voraussetzung für den Eintritt ist die berühmte 3G-Regel. Getestet, genesen oder geimpft. In Restaurants gilt eine Registrierungspflicht. Auch eine Änderung der Einreisebestimmungen steht im Raum. Noch gelten Einreisebeschränkungen nach Österreich. Falsche Medienberichte in Italien, man könne die Grenze ohne Einreisekontrolle passieren, verursachten einen Ansturm von Reisenden und Verwirrung an der Tiroler Grenze. Denn auch, dass die Quarantänebestimmungen in Österreich noch gelten, wussten die wenigsten. Die meisten Kurzurlauber kehrten ohne Kurzurlaub wieder um. Mehr zu den Öffnungen sehen Sie gleich bei uns.